Hi, Servus Leute und Willkommen zu einer neuen, brandneuen Staffel Raft. Dann wiederhole deine Befürchtung nochmal, Jonas, für die Kamera. Die Tiere vielleicht abhauen, wenn wir durch die durchrutschen, ich weiß grad nicht, ob man... Achtung. Das ein oder andere Tierchen macht bestimmt einen Abgang. Okay, der war meint. Aber Felix macht einen Abgang, der wird geschoben. Dich hat es weggedrückt, ne? Seitlich. Ja. Ja, also ein Tier ist gegangen, perfekt. Nein, der wollte hier, den wollten die nicht haben, die haben den Tier zurückgelassen. Ja. Gibt's doch jetzt nicht. Das war unsere Chance, Indos zu werden. Oh, liegt hier viel Eier. Uiuiui. Aber die zwei sind schon weg, glaub ich. Dann machen wir mal ein schönes Omelette. Ein Omelette möchtest du haben? Mit den teuren Pilzen? Okay. Ja, so ein richtig fettes Omelette, ja. Eins kriegst du, aber nur eins. Hier musst du schon... Um Omelette battle, ey. Wir sind doch reich, hab ich gehört. Wir sind so reich. Ja. Ja. Schon, aber wir haben nur 36 Pilze. Nu! Wir sind immer mal... Beim nächsten Händler, dem wir nochmal Pilze abknüpfen. Ja, gerne. Welches Tagebuch hast du da? Ein Tagebuch? Ja. Das ist... Da hinten dran. Ach so, ja, 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 ja. Das ist mein Hausaufgabenheft. Ja. Ja, was ist Sachen drin, wie wenn es ein Tagebuch sein könnte? Mhm, mhm, mhm. Das ist ja mal lustig. Wenn ich von hinten gegen dich laufe, komme ich nicht in den Rucksack rein. Wenn ich von oben drauf springe, bin ich in dir. Es... Kannst du noch ein Stück zurücklaufen, geht das auch? Ne, ne? Ja. Ja. Ihr steht bei mir gerade perfekt ineinander. Boah, willst du dich noch mit dazu gesellen? Warte mal. Aber... Nur wenn ich von oben rein, wenn ich von hinten komme, passiert nichts. Wenn du rückwärts reinläufst, einfach? Rückwärts reinlaufen? Geht nicht. Warte, da wirst du vorbeigeschoben, ah. Wenn ich dann hier hinten rein springe... Ich halb rein springe in dich. Ja, geh jetzt... Schritt zurück nochmal. Ja, ein bisschen zurück. Ja. Noch ein bisschen. Ja. Was kann man lassen? Ohhhh. Wechseln die Gesichter, wie geil. Screenshots. 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 Ganz viele Screenshots. Ganz viele, ja, ja. Ja, ja. Wie geil. Ja. Ja. Oder ich hätte die Brille. Ja. 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 Ja, doch, als hätte ich die Brille, weil er hauptsächlich mein Gesicht dann in dem Moment ist. Ey, ich bin mir schwierig sein Gesicht komplett. Dein Schutzholt hat er scheinbar nach auss셨어요, ich bin es slash텐츠 метronischer Gong Marcel von Wenn das zurückschiebt? Ja, geht aber es in der Nase aus. Ein bisschen. Jetzt kommt ihr zurückschiebt, du stört. Bisschen. Bis dahin mit rein drücken! Probier mal. Einfach so von oben rein springen! Krass, ja. Steh ich richtig? Noch ein bisschen zurück, ja. Ganz, ganz klein wenig. Oh, du bist synchron mit mir. Echt? War's, ja. Aber immer noch sieht man sehr, sehr wenig. Hallo. Oh, hab's. Alles verbrockt. Oh wei, oh wei, oh wei. Er wollte einfach wieder mal im Vordergrund stehen. Ja. Konntest einfach einlaufen ohne noch mal zu springen. Keh? Geh doch. Du bist so weit vorne. Ist gar nichts von uns da. Ja, jetzt liegt es gar nicht mehr da. Hm ich muss gucken, wie's rauskommt. Wie geil. Jetzt wir sind eine Person, das ist eine neue Challenge, wir müssen uns jetzt sofort bewegen. Okay, ein Schritt da vorne in 3, 2, 1. Dann sagt er noch nein, ich habe schon fast gedrückt. Okay, ja, ich bin auch fertig drauf. Wir müssen es bis zum Ruder schaffen. Nein, Gott. Schade. Ihr wart so langsam. Oh, du warst so schnell. Ja, ich spüre. Ich muss dringend mit dem Schwert üben sich auch mal was gewillten hier. Mit dem Schwert üben? Ja, oder mach jede. Einfach allgemein Nahkampfkämpfen irgendwie. Ich denke immer, der schlägt viel früher. Das ist mein Problem. Und dann versämmele ich sie die ganze Zeit. Und die Frage ist, wie übe ich das am besten mit einem beweglichen Objekt? Mit Maräte werden wir eigentlich schon großartig was machen. Ich glaube es einfach schon zu oft. Die haben eigentlich fast den gleichen Schlag. Die haben den gleichen. Ja. Und damit sollte ich natürlich treffen. Hast du zufällig wieder Nägel dabei? Du hast so was ab dem Zimmer? Echt? Wie viele brauchst du? Ich hab noch einen. Äh, scheint zu erreichen. Ich drehe uns mal in die richtige Richtung, ne? Dass wir uns ja Anvitation halten, auch wenn sie sie öfters vernachlässigt haben. Einmal tröten. Ich erinnere mich an der Bar. Die muss zu Jonas, die Tür. Achso. Die Tür muss zu Jonas, da wo sie immer hinten rumlaufen. In der Bar. In der Theke. Und so einer so. Ja, wir wollten halt nicht, weil uns das zu mühsam war. Ja, das stimmt. Wenn man hier einfach durchlaufen könnte. Ich glaube ich in der Hülle. Ist durchgelaufen. Jawohl, das Stück kann ich falsch gelassen. Perfekt. Wir fahren wieder im Strom. Ich glaube, ja. Ah, es ist gar keine Pendeltür. Die geht nur in eine Richtung. So, daher. Ja, im Lett ist übrigens fertig. Oh, jetzt habe ich mir gerade ein Hai reingezogen. Oh, Mensch. Aber der ist schnell verdaut, so ein Hai. Brauchst du schon noch ein bisschen Holz oder eine Brauchgeschichte? Danke. Danke, ja. Ich hätte sogar noch eine Rübe und eine Kartoffel. Okay. Ich verheize. Nein. Nein! Ja. Ach man. Da wird die Geier, der wird sie essen. Ich wusste es. Du Monster. Aha. Ja, wie übelst du dich überwahrt und Felix immer mal vorbeilaufen. Wow. Aber ich habe getroffen. Guter Anfang, guter Anfang. Das ist aber meine Beine getroffen. Das war jetzt unter, äh, überhälfte. Also, Moment. Ich habe jetzt mehr Leben als der Mensch. Weil ich habe die Machete genommen, nicht die Toll des Teures, wer weiß, wer benutzt. Das bist du, ach so. Mit den die 20 Pflege, die ich habe, die brauche ich irgendwann mal. Ja, nur zwei, ja. Wenn wir gegeneinander kämpfen. Ja. Also, ich meine auch eben, um mit euch zu kämpfen. Wenn ich jetzt das Ding verheize, ist es ja teuer wie so. Und am Ende heißt, du hast dein Schwert schon gehabt, du kämpfst mit Makete. Und da verliere ich erst recht. Ja. Ich war ja so oder so schon die ganze Zeit. So genau, genau. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, zu dumm bin zum Kämpfen im Raft. Hattest du das Gefühl, du hast ja diese Seemannsnütze ehrlich verdient gehabt? Ja, vielleicht lag es auch daran, ich habe sie einfach nur abgelegt und nicht, also sagen, appreciated. Und dadurch hat sich ein schlechtes O-Mob mich gelegt. Ah. Ja. Versuch nicht, das zu verstehen. Versuch das einfach nicht zu verstehen. Wie viele Sachen haben wir eigentlich noch in der Verlosung? Ich schaue da mal rein, aber es ist dann wahrscheinlich fast zu Ende, wenn wir bei vier bleiben. Wir haben noch vier Sachen. Oh, und der Bauplan zählt noch plus eins, oder? Plus eins? Ach, dieser angefangene Bauplan, oder was? Ja, genau, da haben wir ja noch... Ja, der ist, der ist ja für so kurze Quests gewesen, ohne dass man da noch was anderes mit rein mischt. Stimmt. Also ich wäre nicht für eine Verlosung. Ich nicht, wenn ich zu mir wäre. Das ist Spaß, ja. Ich werde das mal... Also die Rüben und Kartoffeln und so ist ja eigentlich immer irgendwie frei in diesen Kisten, ne? Wenn ich da noch die rausnehme, hast du ja bestimmt kein Problem damit, oder? Ich warte bei mir, was aufzubauen. Ich habe mir schon gedacht, ich habe wieder drei, vier Reihen jetzt weg. Die Anlage hat übelsten Humor hier, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Ja, ich glaube, sie sind ein bisschen zu viel mit Sprit gefahren. Ja, scheinbar. Was sagt denn der Tank? Hey, der ist aber voll. Ja. Und die Anlage. Ja, die zieht sich das jetzt noch rein und dann ist sie fast satt. Okay. Aber alles, was ich da jetzt bei dir rausgezogen habe, das verputzt die hier. Bleibt nichts. Oh je. Heftig. Ja, hab nichts mehr in der Tasche. Alles weg. Der Hungerregal ist die Ohna aus. Ja, nur ein bisschen, aber auf jeden Fall. Das ist schwer. Ich darf die da nicht rein, den ist in meine Backup-Kartoffeln. Da hat es von da rein. Mal schauen, ob ich wieder eine Kartoffel drin bin. Da liegt die Kartoffel drin. Yes. Oha, Rübe. Oha, Kartoffel liegt ja auch hier. Okay. Hat wahrscheinlich Felix gerade hergeworfen, schätze ich mal. Ja, und das habe ich auch nicht gesehen. Hab ich gehabt. Wird verbrannt. Wird ver... Oh, keine Ahnung was. Die Schrott-Würfel-Maschinerien laufen nicht. Das ist ja eine Unverschämtheit. Oh, jetzt ziehe ich mir das rein. So, blöd. Noch mal Zeit mit. Ja, knapp übergehalten. Tut mir leid Felix, aber ich muss üben. Oh, die... Tja. Lechte Elektri... Elektriker. Hat sich wahrscheinlich gefragt, was das für ein Kabel ist. Komm, lass ihn wieder. Mein Inventar ist gerade ziemlicher Müllhaufen. Wo habe ich denn jetzt? Eine weniger, ich verstehe es gerade nicht. Hä? Ja, okay. Häng ich mal um? Was ist da? Hast du die Batterie geklaut? Nein. Nein. So, wieder bei dem Thema, wer ab und zu mal lügt, dem glaubt man nichts oder so? Ich dachte, du hast mich sogar gesehen. Also dachte ich sogar, wirklich. Echt? Ja, ich dachte, du hättest mich angeguckt, aber anscheinend hab ich mich verschaut. Ich war dann auch so verwirrt wegen der einen Batterie, weil die schon schneller vor Angst gegangen ist und die anderen sind auf rot geblieben. Das hab ich auch gesehen, da war ich auch verwirrt. Das hat mich dann so aus dem Konzept gebracht. Und dann zähle ich die Batterien durch, da fehlt ja eine. Wo sind die jetzt hin? Ihr habt dir schön zugeschaut, die letzte hab ich immer. Hier ist es auch leer. Wow. Haben die mir getrieben in letzter Zeit, aber wir waren da in der Kuppel beschäftigt, ne? Ja. Das ist korrekt. So, wer hat zwar erst recht gerechnet? Die Batterie hat sich bestätigt. Oh, okay. Ja. Der Koch hat noch genug Saft. Also, er selbst vielleicht schnitt, aber... Ja, hat noch genug. Also, neue Challenge. Auf eins. Wer das Raft links looted? Drei, zwei, eins. Okay. Links, also links vom Sinne von... Okay, das links. Ich hab lange gebraucht, meine Flossen anzuziehen. Na, ja, okay, ich hab's vergessen. Darf's unfair sein. Okay, ich bin unfair. Verdammt, nicht weit genug. Wer mir das Loot hier vor die Füße legt, hat gewonnen. Oh, okay. Oh, der geht tauchen. Ah, komm, der ist schneller. Warum ist schwimmt denn der schneller wie ich? Ja, aber so ein Pfeil ist doch schnell, oder? Ja, unter Wasser nicht, leider. Aus, nein? Ja, ja, Angriff. Fass. Das ist ja nix. Nein. Ja, kurz verwirrt, ich glaube, irgendwie... Ja, egal. Warte, warte, warte. Hab ich getroffen? Hab ich getroffen? Ich glaub, ich hab sie abgenutzt, glaub, leider. Okay. Er hat gewonnen. Gut, das war das kurze Duell. Manu. Ich war nur noch vorbereitet. Ich war rechts vom Boot und ich... Irgendwie... Ich war mir... Ich war irgendwie... Ich weiß nicht, wieso ich so hart verwirrt war, aber irgendwie... Du sagst links und ich dachte irgendwie links von dir, keine Ahnung, er hat nach rechts geguckt, das erste Mal ein halbes Jahr. Ja, also ich denke, wenn du wirklich gleich reagiert hättest, wär das... Ja, dann wär's das. ...auf jeden Fall knapper geworden, ja. Ja. Aber ich war irgendwie leicht verwirrt, irgendwie... Ich dachte, die ganze Zeit rechts. So was mit den Unfernmitteln hättest du dann schon noch eine Chance gehabt, aber... Ja, ich hätt' nicht nur erwischt, aber halt die ganze Zeit leicht vor mir. Ja, gut. Ich schaue so mit der 1. Achso, ach, das ist Mini. Achso, okay. Das ist Mini-Duell gewesen, ne? Dann, äh, nämlich die Axt. Okay. Ja, okay. Schick. Da haben wir dann noch drauf. Nur noch ein Pfeil, ne? Ja. Ja. Max, es gelernt. Ui. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Können wir ja einen Direktvergleich machen. Ja. Ja, musst du herstellen? Ja, wahrscheinlich schon noch nicht. Nö, ist okay. Verstellen, verstellen ist okay. Ich kann das ja bei dir dann sehen, wenn du da drinnen den Baum weg machst. Aber ich möcht' das machen. Felix kriegt hier einfach der Lox. Da bitte. Ist das die schon? Ja, ne? Ja, ne? Ja, wirklich, ne? Ja. Weniger Schwungkraft. Warte, ne? Man sieht aber auch nichts. Der Kopf ist vielleicht ein bisschen schwerer, weiß man nicht. Der Stil ist ja kürzer, so ein bisschen. Also wer schon einen Baum gejagt hat, darfst du fürs nächste entscheiden? Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Guck mal was das mal an bei dir. Von außen und so. Ich bin die Schläge brauchst du mal, oder weißt du? Fünf. Okay. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Aber ich habe es nicht durchgedrückt und vielleicht kann man schnell... Nein, meine Banane! Ha! Hättest du es mal nicht machen lassen. Mhm. Die hier war. So. Mal gucken, ist sie das? Ne, ist sie nicht. Ne, ist sie nicht. Hat nicht geschossen, ne. Die ist auch nicht. Er testet jetzt alle Bananen durch. Die ist auch nicht. Bei mir hat er geschossen. Bei mir nicht. Bei mir nicht. Die auch nicht. Moment. Die war es auch nicht. Die will mich gerade ein bisschen veräppeln. Siehst du auch, dass sie versteckt ist? Ja. Jetzt. Bei mir. Ja. Bei mir nicht. Sag mal. Wo... Wo... Wo steckt sie nicht? Aua. Ja. Muss ja üben. Verspächer. Sag mal. Äh. Sie versteckt sich ja wirklich. Tja. Bitte nicht nochmal schlagen. Ne, ne. Ja. Wieder geschossen bei mir. Okay. Dann... Moment. Musst du mal... Ja. Das ist ja. Das ist ja. Ich glaube bei mir auch. Okay. Cool. Jetzt halt mal durch, weil sonst hat es sich nicht gelohnt, weil die war genau gleich. Ähm. Moment. Ähm. Sag mal an, also auf eins. Ich? Okay. Drei. Zwei. Eins. Das ist ja genau gleich schnell. Ja. Ja. Bei mir war es eine Millisekunde eher weg, aber das war halt die Verzögerung. Also das ist... Ja. Was ist die Axt jetzt? Also bei mir war es... Was ist die Axt? Also in der... Bitte? Die Axt ist ja jetzt gar nichts. Ja. Also in der Bezeichnung zieht auch. Also in der Bezeichnung zieht auch. Sock von mir. Ihn musst du schlagen. Nicht das Fundament. Ja. Also bei der Beschreibung steht auch nur, dass sie mehr Bäume fällen kann. Und bei der Metall Axt steht, dass sie noch schneller als ihr Vorgänger ist. Die ist wahrscheinlich einfach immer robuster. Ja, aber egal, oder? Ja. Eigentlich schon, ja. Dann brauchst du das echt nicht. Die ist ja mal unnütz. Ja. Klar, wenn du richtig reich bist, aber... Ja, du hast immer mehr Metall wie Titan. Ja. Ja. Metall Axt dann fertig. Oder... Ist es eine neue Axt gewesen bei dir? Ne. Meine ökische. Und hast du eine neue Axt? Der sieht sehr abwesend aus. Ja. Ähm. Ich hole eine neue Axt. Der macht gerade ins Meer, obwohl er da hinten eine Toilette hat. Er hat meine Banane geklaut. Niemand. Was hast du denn für Probleme heute? Was mit der Banane? Meine Banane ist hier hergeworfen. Dass sie separiert bleibt. Oder vielleicht der Typ der der AFK ist. Vielleicht ja. Ich hole eine neue Axt. Und dann testen wir mal die Robustheit. Okay. Hallo. Hallo. Sorry, ich Telefon hat geläutet. Okay. Hast du meine Banane geklaut? Ich? Ja. Ja. Achso. Du sagst. Ich dachte das war ein anderer Plan. Bitteschön. Ich kann ihn noch nicht aufheben. Nur mal. Also hat er jetzt auch zwei äh geerntet mit der Axt. Schauen wir mal wie die Haltbarkeit aussieht. Wollen wir noch ein paar mehr? Da sieht man es vielleicht besser, oder? Also ich denke man sieht es schon ganz gut. Echt? Weil sonst machst du hier noch vier weg. Ja okay, ja. Ich hatte schon wieder meine Banane genommen. Ja, das ist nicht die Sound. Dankeschön. So bitte legen sie meine Banane hin. Ja, bin ich schon froh dass du nochmal vier Bäume gemacht hast. Weil es ist... Ah, jetzt nicht so richtig krasser Unterschied aber... Hm. Welche hellen Längung? Wahrscheinlich Titan, ne? Ja, das wissen wir ja schon. Aber jetzt ob sich das überhaupt irgendwie lohnt. Ja, vielleicht ist es... Bis zu doppelt so viel, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Doppelt so viel. Ja, Jonas? Ich habe dann natürlich vielleicht das und das noch dazu. Ja, der selber eine Axt hat. Wo habe ich die? Die war unten. Okay. Ähm, ja, ich... Ja, würde ich auch sagen. Doppelt so viel, ja. Müsst du es wieder haben, ne? Ne, das ist eine Test-Axt gewesen. Achso. Okay. Die habe ich geholt weil sie extra neu ist. Ui. Okay, also Axt ist jetzt nicht so richtig der Puller. Ne. Ne. Das Schwert macht ja wenigstens schonmal mehr Schaden. Ja. Das wird sich... das lohnt sich ja schon. Ja. 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 Huh. Coolti. Schaut euch mal noch ein bisschen nach Strom her. Die habe ich heute schon rausgerissen. Ich muss sagen, ich finde es cool, dass ich die Sammelschelle von den ganzen coolen Werkzeugen bin. Aber ich habe es jetzt alles. Von dem, was ich gemacht habe. Ja. Ja. Ich habe immer noch alles bei mir. Ja. Ich finde das gehört alles mir. Mein Schatz. Was ist denn alles? Ups. Das Metallschwert, der Metallhaken, äh was für Metall. Titanen Schwert, Titanen Haken und Titan Axt. Ach doch, drei. Wow. Habe ich alle dabei. Rieser Geier. Ja. Dir müsstest du mal eine Lektion erteilen. Nein. Bitte. Es ist halt blöd, dass du nicht ans Inventar rankommst, wenn du da jemanden wegmachst. Ja, das stimmt. Ja, tja. Stimmt, ich gebe es nie wieder raus. Es hätte schon viel mehr Kämpfe gebracht bei uns, wenn das der Fall wäre, wenn man das machen könnte. Ich habe getroffen. Ja, nur. Ich habe getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob es meine Banane war. Die schießen nicht. Ja, schwach. Ne, sie ist schüchtern. Ich habe meine Banane vertauscht. Ich würde einfach mal behaupten, das war meine Absicht. Ja, Entschuldigung. Ich habe schon angefangen hier. Ey, der macht mich weg hier. Ja. Heute willst du ja sprühen jetzt hierher. Ganz viel. Ja, nein. Vielleicht. Okay, siehst du jetzt doch. Jetzt so. Boah, ja. Wir haben ja wiederum sonst eine reingehauen. Ja. Wir sind ja auch unnötig geschlagen. Böden. Die Wahrheit. Alles Lügen. Ich übe hier. Um zu kämpfen. Hey. Ich habe mir etwas mit Stein geworfen. Ist ja gemein. Nicht in Ordnung. Das ist gerechtfertigt. Mit Sicherheit. Oh Mann. Ja. Schauen wir, ob die Zähne noch scharf sind vom Hai oder was war das gerade? Ich habe geguckt, ob vielleicht ein Wal da ist. Ähm. Ah, okay, okay. Aber ich war doch noch so verletzten, dass das echt knapp war. Ja, vielleicht noch ein Drittel vom unterm Strich. Wow. Schade, ne? Ja, war alles berechnet. Darauf muss ich erstmal schlafen gehen. So, habe ich bei der Batterie einfach mal zugeguckt, wie die leer wird. Das ist auch gut. Dann habe ich noch drei Kartoffeln. Weg damit. Zwei Rüben. Kann ich bestimmt auch ein Ei reindrücken. Jo. Machen wir natürlich nicht wieder, aber einfach mal getestet. Wie schlafst du jetzt etwa, oder wie? Also ich nicht. Bin gerade aufgewacht. Hm. Dann müsste man mal wieder Holz schreddern. Ich habe schon ein bisschen gemacht, weil ich nichts mehr losgeworden bin. Ähm. Und es dann immer voll war. Nur die rechten zwei waren, ne? Holz. Ja, ja. Oder drei. Ne, eigentlich waren es nur zwei. Okay. Oh, und der erste ist immer keine Würfel. Okay. Haben wir schon wieder 100 Würfel zusammen. 100? Mhm. Du. Wie viel mal so einen Shop leer kaufen könnten. Oh, ich habe noch angeln. Ich habe noch angeln. Ich habe noch angeln. Ich habe auch schon lange nicht mehr gemacht. Hm. Angeln. Ja, musst du jetzt wieder, ne? Immer das Zeug essen. So. Mal wieder richtige Musik, ey. Das geht Dudel die ganze Zeit. Ja. Voll nervig. Kannst du schlafen gehen? Was? Ob das Signal schlafen gehen heißt. Und wenn du das sagst? Nein? Okay. Mir egal. Delfine! Was? Hermine? Delfine! Ach, Delfine. Was ist ein Hai? Hab Hermine verstanden? Nein, hier ist Delfine. Ja, Hermine! Ja, 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 ja. Aua. Oh ja, oh, lange tut's weh. Tschüss Delfine! Ah, sie kommen wieder! Der hat Hallos, oder? Ah, da sind sie. Kann man denen wehtun? Probier's mal. Mit deinem Schwert. Möchte ich eigentlich nicht. Probier's jetzt. Komm, wir sind hier. Okay. Möchte es wissen. Das gehört nix, ne? Nee, nee. Das wär's auch noch, als er den jetzt den Hangar schlägt, ey. Ja, das hab ich auch grad gedacht. Der braucht bestimmt nur einen Hit mit dem Ding. Der, mit der Hamhit ist er weg. Da kippt er tot um. Ja. Hätte mich aber schuldig gefühlt. Wir könnten ein Battle machen, wer schneller die Anlage gefüllt bekommt. Welche Anlage füllen die, die meine Rüben die ganze Zeit fressen? Alter, verlieren wir ja sowas so gegen dein Interessator. Was heißt cheaten hier? Ich tue nur die Tastenpflege im Moment und... ...und dann scrolle ich bis in der Mausrad und dann rrrrrr. Das ist cheaten. Du hast wirklich cheaten, ja. Ja, auf manu. Ich finde das eher Taktik. Hey, aus hab ich zu schlagen, hallo? Okay. Ey, ich hab nicht mitbekommen, das ist die Schlag. Ich dachte, ich treffe uns. Hast du was gehört? Nee. Wo hast du gehört hast du? Keine Ahnung, ich hab das Ex-Prin auf einmal. Hallo? Der ist noch... Das ist wieder so. Der ist noch auf deinem Arm. So geil. Das war schon mal andersrum. Er hat dich schon mal so gepackt. Wer ist noch verschwunden? Ja, aber du hältst den Arm noch hoch, siehst du das? Geh mal in die Außenperspektive. Geht nicht. Achso. Ja, dann weißt du es auch schon, dass es ne... Du kannst es nicht ablegen. Geh mal auf den Boden, ja. Jetzt ist er wieder. Jetzt ist es normal. Du hast dich eigentlich überhaupt nicht geändert optisch. Also du hattest nur halt den Arm so leer. Okay. Also lass gerne mal ein Like da. Ein Abo natürlich sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschau Leute.